so auf geht's die haben sich aber auch zwei dinger ziemlich übel selber reingeballert aber endlich mal so ungefähr sprach ist ja die waren fast genauso an so wie wir die ersten waren ganz gut 67 gegen einen ok nach rechts sind irgendwie sieben an jetzt ist nur das breit ok ja das sind 44 spielen immer gegen die wir sind ja klar ich nehme es alles pc user die vierer drückter von den prüsten kai schade die schlechtheitlich dankeschön achte der ball geht in die mitte sagen wer von euch ich wollte gerade alles gut wenn du dahinter der bestimmung finden ist dann ist das in ordnung abgeblockt ich hab gerade dich in der seite ich habe mich noch seitwärts gesteht damit du mich reindrücken konntest ich habe dich da gesehen das problem wenn wir dann alle gleichzeitig zum ball gehen wollen dann habe ich nicht noch mal gesagt ihr stellt sich seitwärts außerdem noch mit rein das gibt uns auch eine trophäe wenn er mich nutzt und dann die ball reingeht nein ich wollte noch abwehren aber bin leider drunter durch leider von denen ist verlassen wir haben jetzt gleich von denen ist verraten verlassen wir haben ich auch ein lot dabei also der gegnert wird dabei das darf nicht passieren ich habe eine richtung aber durchgelaufen das chaos ausgenutzt die waren alle wieder dann unkoordiniert dachte ich mir jetzt läuft sie durch chef sitzt erstmal im mclaren auch nicht schlecht ja hab schon damit es gekauft ich habe dann den grün und orange geht auf mich schon der reingeht schön gehalten ja ich hatte mich nur ins tor gestellt schnell ja 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 der werde ich reingegangen aber der wäre halt die vorlage ist gewesen ich habe mir ein bisschen zu viel das andere mitte schade naja der ist durchgegangen der mitte schade naja okay die abgewährt haben verdammt er ist drin gewesen das kann man gewinnen ich nehme mal den ball mit scheiße den ersten zwei hat ich ausgespielt bekommen der dritte der dritte der hat mich dann noch gestört so kommt einer von euch sauber marcus sauber und warum ich die vorlage nicht bekommt verstehe ich nicht weil den ball Der Querball kam von mir. Hier. Einfach rein. Ja, da muss Thomas... Genau, da muss Thomas in dem Moment zurückziehen. Das ist ja der... Schön gemacht, Leute. Schön. Ich glaube, ich kriege den nochmal da vorne. Der läuft... Der geht über die Außenbahn. Ja, ja. Ich konnte auch nichts machen. Ich habe keinen Bus mehr. Jetzt Markus hat er rückgärts gefahren oder habe ich das nicht eingebildet? Nein. Nee. Schön abgewehrt. Scheiße. Mit 8% Boost. Hatte ich eben auch tatsächlich, weil ich das Tor gemacht habe. Da habe ich ja noch den Bus geholt eben. Nein. Scheiße. Ich kam nicht hin und was habe ich noch gebrockt. Mal versucht, das zu verhindern. Ey, ich habe das knäckig gescheit. Ah, wir haben uns beide da. Ich glaube, Thomas, wir beide haben uns ein bisschen gehindert. Ich kam nicht hin, weil du, glaube ich, von der anderen Seite kamst. Ich habe das richtig gesehen. Er lacht nicht nur auf dem Hut, noch elf. Ja, sonst ist es nun wirklich. Schade, egal. Ja, wohl schon. Ah, da hat er den selber beidalten können. Ah, verdammt. Schade. Mann, dann vorbei. Nein, nein, nein. Nein, nein. Wir haben noch einen, wir haben noch einen im Tor. Alles gut. Oh, wow. Schön aufgepasst da. Ich wollte einfach noch auf dem Mikkel zerstören. Nehme ich nur mit. Schließt ihr noch darüber? Jawohl. Den nehmen wir. Schön gemacht, Leute. Schön gemacht. Ich musste den nochmal, also war früher, weil der was vorbeigegangen wäre. Ich habe den ja hier noch nicht. Aber ich glaube, so langsam kommen wir in den Groove. Ja, das sieht aber auch an den Gegner ein bisschen, ne? Aber dafür, dass da mehr KIs drin sind. Die haben gar keine KIs mehr. Die werden irgendwann, die werden ja irgendwann ersetzt, wenn dann wieder Leute reinjoinen. Die hatten zwei KIs zwischendurch mal drin. Ich nehme mal ein paar Leute mit von denen. Huh, ich hatte mich. Schön aufgepasst. 30 Sekunden beschäftigen wir noch. Oder halt das vierte Tor machen. Ich schieße mal ein bisschen. Weg. Mist. Egal. Ich wollte noch das Ding reinmachen. Der wäre noch drin gewesen, ne? Egal. Ich meine, noch so mit. Na, das war jetzt mal eine schöne Runde. Auch hier haben wir wieder hinten gelegen und haben es dann am Ende gedreht. Na, Markus, freust du dich, dass wir jetzt wieder zusammenfahren? In einer Liga? Ja. Ja, das, was da Freitag abgegangen ist, das geht mir überhaupt nicht, was die da abgezogen haben. Das war mehr oder weniger Autoscooter. Da wirst du auf Rücksicht ohne Verluste wirst du weggedreht. Weggerammt. Vor allem Safety Carf. Drei Mann dahinter. Der bleibt einfach stehen und taut dann noch drei Autos hinten raus. Markus und ich hier schon im Vollgas-Modus. Na ja, mal gucken, ob ich fahren kann um die Zeit. Das dürfte eigentlich gehen, weil wir normalerweise diensttags immer recht viele Absagen haben. Ja, momentan aber nicht. Weil in der Woche ist immer schlecht. Momentan sind wir ja noch nicht so viele Absagen. Hab eine oder so. Na, mal gucken. Ich weiß, wie es kommt. Ah. Zurück, 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 zurück. Komm, Leute. Schöner. Sauber, sauber, Markus. Sauber. Warte, der kommt noch. Nein, 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 nein. Schaff ihn, schaff ihn, schaff ihn, schaff ihn, schaff ihn, schaff ihn, schaff ihn. Ich bin auch, dass ich jetzt reingesprungen bin. Gott sei Dank. Du was, ich bin kein Fußball, ich muss mich jetzt vor. Nicht? Komm, drück dir nur mehr mit rein. Oh, ich wurde gerammt. Schön, aufgepasst. Hallo, ich muss dich jetzt überlichen. Oh, schade, ich hätte euch schon vor das Tor gelegt, aber konnte keiner nutzen. Naja, der war mir schlecht. Komm. Nein, ich krieg dir nur quergelegt, komm. Sorry, ich wollte eigentlich schön hinten reinlegen ins Tor. Aber die anderen nutzen auch nur wild in Richtung Ball. Das ist halt der Chaos-Modus. Ja. Sauber, Markus. Ich schaff's auch Markus an. Ich hab doch, ist es so eine Trophäe gekriegt, oder? Kann das sein? Weiß nicht. Ich hab leider keine Trophäe gekriegt. Nee, ich glaub's nicht, nee. Dann hast du... Normalerweise, wenn du direkt einen schießt und den mit dem nach vorne machst, dann kriegst du noch viel Hilfe. Ach, oh Mann, ey. Alter, die haben für den nach vorne nicht gekriegt. Ach, das ist die Bahn. Sorry, dass ich dich da angeschubst habe. Ja, es ist halt so. Ja, es ist halt so, wenn acht Autos auf der Strecke hast. Ja, und du kommst jetzt gleich den Durchbruch, ne? Ich nehme dir mit, alles gut. Kriegt ihr noch irgendwie einer rein? Nee, schade. Nee, leider nicht. Ich hab dir etwas günstigeren Winkel, deswegen hab ich gesagt, komm, lass sie liegen. Mist. Ja. Schnell zurück zum Tor. Naja, ich hab den schon wieder. Warte, du rechner ist klar. Du bist ein Bot-Rechner geworden, oder was? Komm, 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 komm. Sauber, Markus, sauber, Markus. Und dann kommt er von hinten. Einfach kurz, einmal kurz die Konfession in der Verteidigung, haben wir uns an den Ball auch nur rübergelegt. Ja, der war schön jetzt. Ich hab den voll den nochmal berührt. Oh Gott, ich hab den eigentlich nur einmal treffen wollen. Mist. Falscher Wisch. Verdammt. Ich hab ihn auch in der falschen Liga erwischt. Die hauen ihn wieder zurück. Nein. Nein, 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 nein. Nee, ich stehe ein Tor, alles gut. Schön gemacht, ja, schön gemacht. Ich hab sie schon gesehen, alles gut. Deswegen ist es wichtig, dass einer mal an sich unten bleibt. Ah, verdammter Leben. Der geht aber in Richtung Tor. Komm, einer, den musst du noch reindrücken. Ja! Ja! Ich hab's nicht gekriegt, dass ich den auf die Brüder auch noch ein Tor reingeschossen wurde. Ja, da war's nicht, oder? Nee, das war ein Tor. Du hast in Richtung Tor geschossen, die haben den reingemacht. Ja, die haben den reingemacht. Oh, sorry, Kev. Alles gut. Ja, jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen in der Sprung. Ich hab die Haft gegen dich, ist klar. Ja, manchmal fangen die dann auch aus dem Tor zu gehen. Die kommt nicht der Torwart. Ach, Geld, Alter. Ich frag' gar nicht, was ich da gerade gemacht habe. Jetzt war sie irritiert. Ups. Oh, erkennt man eigentlich die Farbe. Ah, Mist, okay. Hä? Das war jetzt meine Schuld. Der hat ihn aber gut gespielt. Der hab ich hier nochmal aussteigen lassen. Und dann kam ich nicht mehr rein in den Ball, es hat er gut gemacht. Das Problem ist, es ist, den richtig zu teilen, wenn der Ball runterkommt, den so zu erwischen, dass er auch in die Richtung geht, die du hast. Das habe ich auch geschafft. Ich hab auch geschafft, drei, vier Stücke dann in der Aussteigen zu lassen, dann zu versenken. Aber das, wie gesagt, das war sehr gut gespielt von ihm. Muss ich sagen. Doch. Ist, oba. Das ist noch nicht vorbei, ne? Ja, ist ja schon. Das haben wir jetzt auch nochmal weggekriegt. Nein. Mann. Ich hab keinen Boost mehr. Ich kann nichts mehr machen. Mist. Nein. Entschuldigung. Oh nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Scheiße. Komm, Leute, 30 Sekunden noch. Irgendwie das Ding noch mitnehmen. Ich hab nur bei dem vom, 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 vom Torwerk halten. Das Laufen, das Laufen, das Laufen auf, das Laufen auf dem Boden. Ja. Klapptüte ist klar. Oh, Auszeichnung bekommt Partilöge. Diese Auszeichnung gibt es, was man spielt. Ja, für die Parade habe ich übrigens ein Ding, die kriegt Glanzparade. Ja, hast du gut gemacht, ja. Ich bin eine Klapptüte, also. Meine Parade konnte ich mir auch noch mitnehmen. Und ich hab Partilöge. Ich hab gerade nicht geguckt. Du bist doch immer unser Partilöge. Klapptüte. Das ist so steht, wenn wir, was wir spielen, ist so lustig, ey. Ich hab gerade nicht geguckt.